Wenn ihr richtig gute Köche werden wollt, müsst ihr alles über Lebensmittel lernen. Die Macher von Chef's Table. Salz, Fett, Säure, Hitze und Ugly Delicious präsentieren euch zwei neue Helden der Küche. Guten Tag, ich bin Waffel und das ist Mochi. Ich grüße euch, Waffel und Mochi. Seid ihr bereit für ein Wahnsinnsabenteuer? Coconut! Wir träumen davon, Chefköche zu werden. Nehmen wir eine Zitrone. Auf geht's! Daher reisen Mochi und ich um die ganze Welt. Braves, Lara! Und lernen einfach alles über Eski. Japan! Peru! Italien! Ciao! Als wäre ein Regenbogen in meinem Mund. Wir müssen Mut beweisen, Mochi, sonst lernen wir es nie zu kochen. Ah, das ist perfekt! Oh, die Eue! Das ist ja schleimiger als eine Nacktschnecke in der Sauna. Das hier ist wie eine Explosion bunter Geschmacksrichtung. Ziemlich scharf. Ja, das ist es. Irgendwie strange. Das ist noch gar nichts, glaub mir. Es gibt Strangeres. Oh, noch Stranger. Ja. Als die Pilze doch? Waffel! Mochi! Bester Look ever! Das hätte ich ohne die Hilfe meiner Freunde Mochi und Waffeln eh geschafft. Das hier, Mochi und Waffel, ist euer neues Zuhause. Waffel und Mochi! Nehmen wir die Barte ab! Der brennt wie Feuer! Waffel und Mochi! Waffel! Waffel!